Okay, da sind wir wieder. Ach, dein Schlafsack. Hattest du dich schon registriert am Schlafsack? Also den hast du ja sowieso. Wenn du sterben solltest, kannst du ja direkt das Bomben beim Schlafsack. Jo, wir sind wieder da. Wir wollen ein bisschen sterben gehen. Nee, du hast einen Speer. Wir haben leider zu wenig Stoff. Deswegen habe ich nur einen Bogen. Obwohl, es reicht. Weißt du was? Den Spaß gönne ich mir. Komm. Gib mir mal den Speer. Gib mir mal den Speer. Nee, den Speer brauche ich. Komm rein. Komm rein, komm rein. Nein, ich habe doch nichts. Ich brauche den Speer. Mindestens. Den Speer brauche ich. Den musst du mir mal droppen. Ja, so. Oh. Okay. Aber dass du die Fässer zerschlagen kannst. Nimm mal das. Okay. Dann kannst du mit dem Speer machen. Dann kannst du nämlich mal mit dem Bogen üben. Dann kommst du auch wieder rein. Mhm. Okay, dann gehen wir mal zur Straße, ne? Ja. Ich glaube, wir hier lang. Die stehen überall rum, ne? Aber mit dem Pferd, glaube ich, kamst du vorhin. Und guck mal hier hinten, da hinten. Wollte ich dir mal zeigen. Guck mal, die ist gar nicht so weit weg. Aber hier ist ein Stein. Das ist immer gut jetzt mit Gruppen. Du siehst ja auch mein Name jetzt, ne? Ja, ich werde jetzt überlösen von Weitem. Oh. Guck mal, da hinten. Oh. Da. Da. Da ist gleich die Base, ne? Oh, praktisch. Das ist doch nicht lange, bis meine Basis, bis wir hier raiden oder so. Ich denke mal, das dauert nicht so lange. Naja. Wenn, ist auch egal. Ich glaube, das gehört irgendwie so ein Spiel dazu. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe nicht. Ich möchte nicht enttäuscht werden von diesem Spiel nochmal. Du hast einen Bogen. Also ich muss ihn ablegen, ne? Und du musst dann mit dem Bogen rauf. Ja, das stimmt. Rauf. Ja, weiß schon. Ein bisschen neblig. Ein bisschen Nebel. Na, hier vorne ist ein Subfgebiet, habe ich gesehen, ne? Ja. Da gibt es Häuser drin. Oh, was war denn hier? Uiuiuiuiui. Weißt du, was blöd ist? Dass ich deine Schritte höre. Das müsste man auch noch ausstellen können. Ja, das habe ich durch. Geh mal, glaube ich, nicht zu nah ran. Ich glaube, das Radio an. Nö. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist ein normaler Strom hier. War das gerade ein Tier hier? Nein. Hä, bin ich gerade schon da los. Mhm. Eigentlich kannst du mal aufpassen und ich... Oh. Das ist mein Speer. Warte, ich nehme die Axt, bis ich kaputt erst. Das ist immer praktisch, denn auf jeden Fall zu zweit. Ich kann nur auf die Höhe. Was meinst du? Ich kann nur auf eine Seite gucken, aber wir kriegen es einen. Eine Seite? Eine Seite. Das Wende müsste sich auf zwei. Ach, die Straße hier. Ich finde dich ein bisschen leise, aber du bist eigentlich so laut wie immer, ne? Ja. Oder habe ich das Spiel zu laut? Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Bin ich zu laut, ne? Bin ich, ne? Du bist normal. Das steht noch. Schlingt normal heute wie immer. Vielleicht rede ich einfach nur leise etwas. Oh, da rechts ist eine Base. Oh ja, da musst du aufpassen. Gib mir ein Befehl. Ich verfolge ihn dir. Oh ja, guck du mal, dass du denn ein bisschen weiter hinten bleibst. Na ja. Und du einen siehst, da vorne ist einer. Geht los. Ah klar, Action. Action. Wir werden ihn töten. Ja, drauf da. So, den Rest machst du. Ich bin nämlich gleich tot. Oh, ist er weggelaufen? Ah ja. Mit meinem Pfeil? Äh, mit meinem... Hast du noch Pfeile? Ja, ja. Ich glaube, er holt mich gleich. Ich muss erst mal hinterher rennen. Immer rauf da. Oh. Er ist auch down. Ach, sehr schön. Leck mal bitte hoch. Wie geht denn das? Ach so. Das habe ich jetzt auch gelernt. Mit E. Ja, mit E ist das. Ei, 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 ei. Oh, 15 Patronen. 15 Patronen. Er sagt nichts. Ich sage auch gerade nichts. Kuss. Der, 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 der Otzi. Ich gebe ihm mal hoch. Hoch. Nicht hoch. Otzi. Du hast ja noch ein Dingsstecken, ne? Pass auf. Nimm dir mal deine Sperre raus. So, wir gehen weg. Wir haben zwar nicht kommuniziert mit dem, aber... Wir waren nett und haben ihm wieder aufgeholfen. Genau. Hat er Stoff beigehabt? Ne. Doch, ein bisschen, aber... So, das war's mit PvP. Wir machen Feierabend für heute. Wir haben das geschafft, was wir machen wollten, ne? Du bist aber genauso gut wie ich, muss ich mal so sagen. Du hast ein bisschen mehr... Bogen. Bogen. Wieso? Wo sind denn hier Fässer? Ich bin angeschlagen, ne? Ich habe nur 44 Leben, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Ich habe 13. Am besten wäre nach Hause gehen, oder? 13? Guck mal, ich habe jetzt eine Metallachse, habe ich. Und, äh, so ein Ding, so ein Hammer habe ich. Ätzend nehmen. Ich muss nach Hause, glaube ich. Wollen wir es kurz wegbringen, oder was? Loot ist Loot, ne? Also, ich bin auch angeschlagen. Wir müssen doch hier noch was essen, ne? Zu Hause ist Essen. Ist zwar nicht so besonders, was wir da haben, aber... Wir laufen kurz dann zurück, und dann gehen wir nochmal los. Genau. Ossi war es. Ossi, Ossi! Irgendwie so. Okay, dann ist natürlich ein Nachteil, ist ja klar. Zwei gegen eins. Deswegen war ich auch so nett und habe ihm aufgeholfen. Ich glaube, er hat sich dann nachts wie so getötet, habe ich gehört, von Weitem. Okay. Wo ist denn eigentlich hin? Auf der richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber in der Straße? Ist ja auch... Bist du mir gar nicht auf der Karte angezeigt? Nö. Nö. Können wir das mitnehmen? Hier, nimmst du das mal mit? Das Metall, bitte. Oh. Achso, ja. Warte. Jetzt fängt er an mit rumkommodieren. Naja. Also ich... Bogen hast du nochmal? Hast du noch Pfeile? Naja. Nee, den Bogen hast du. Nö. Worum soll ich den Bogen... Wir haben den Bogen da liegen gelassen, wir Düsselts. Du Nut. Wo war denn das? Ach, scheißegal. Das weiß ich jetzt sowieso nicht mehr. Scheißegal. Oh, den Bogen habe ich liegen gelassen. Auch was die Leute wieder von uns denken. Oder von mir. Ich glaube, wir machen damit, wo wir das aufgehört haben, oder? Man droppt doch den Bogen, wenn man... Hier ist Stoff. Da läuft er einfach am Stoff vorbei. Ja. Profis, ne? Profis sag ich nur. Wir haben den Bogen liegen gelassen, ne? Ich kann nicht mehr, du. Ich auch nicht. Du warst zu beschäftigt, dich aufzusammeln, da? Guck mal, hier ist Hanf. Naja, ist aber bald schon ein neuer Bogen. Aber trotzdem, das ist doch... Ich weiß, was ich vermisst habe. Weißt du, wo die Basis ist? Nö. Ich auch nicht. Ich muss immer auf Karte gucken. Ich kann mir das nicht merken. Was sind wir denn jetzt hier? Wir sind vorbeigelaufen. Komm mal mit hier. Ich kann es doch gar nicht. Alter. Einmal, ne? Weißt du, gleich kommt er wieder. Den wieder, ne? Und dann... Haut er uns noch um, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, warum. Ey, es ist ja... Hast du Wasser an der Basis? Nein. Ach komm, lass mal durchlaufen, wir brauchen ja nicht farmen hier jetzt. Links höre ich auch was. Dann laufen wir weiter. Wenn wir sterben, sterben wir. Müssen wir sagen, ob ich richtig laufen... Links, 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 links. Jetzt sage ich nur geradeaus. War ja oberhalb, ne? Ja, ist klar. J17, oberhalb, ja. Jetzt nur geradeaus hier. Ey, so viel Stein, ne? Oh, richtig PvP-Action. Naja, nicht wirklich Bogen liegen gelassen, nur. Ey, das ist doch nicht wahr. Kann man so blöd sein. Wie ist das? Was? Ich habe gedacht, du hast alles aufgehoben, weil du mich ja gerettet hast. Wo läufst du denn lang? Du musst andersrum. N-n-n. Doch. Ey, oi, oi, oi. Ist hier überhaupt noch drin? Ach, hier sind ja auch noch Tools drin. Und ein Messer noch. Ja, Essen ist immer noch nicht so viel. Weißt du, wo wir mal hin müssen? Mit einem Bogen? Ach, mit einem Bogen vor allem, ne? Da haben wir gar keinen mehr. Nee, wohin dann? Erzähl mal. Wir können aber noch einen craften. Ey, da hat richtig gesagt, dass du diesen Kanister Wasser drin hast, Tatsache. Ja, ja, da ist Wasser drin, ja. Hatte ich vergessen zu sagen, ne? Glaub ich. Hast du jedenfalls die Pfeile noch? Wie viele Pfeile hast du noch? Äh, 17. Äh, 11. Äh, 11. Wie viele? Äh, 11. Wirst du eine Metallarzt haben? Nö, nö. Nimm doch mal noch die 10 Pfeile da hinten raus. Ja, ja, warte, wie ist das? Ich muss erstmal hier hinten reinkommen. Komm, er drauf, will ich hin. Wir brauchen ja nur eine Kugel zum Verdingensbumsen, ne? Weil, äh, nämlich Pist... Ah, da brauchen wir ja noch mehr, äh, wenn ich mit der Pistole hier laufe. Oder bist du mit der Pistole? Äh, 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 eine können wir nämlich kräften. Das machen wir noch, das machen wir. Moment. Ähm, scheiß auf den Airdrop. Dann mach ich lieber die Pistole, dass wir nochmal loslaufen, nochmal... Wir wollen ja noch sterben. Wo ist denn das Zahnrad jetzt? Ach, da sind die Zahnräder. Mischst du schon eine Metallaxe haben oder sowas? Schmeiß mal hin. Kann man die verzaubern? Oder leg die mal irgendwo rein. Stoff wäre genug da, ne? Wir haben da, äh, Dingspumps, ne? Plan, sieben Stück. Aber hier, der müsste ich zum verlassenen Supermarkt. Der möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht hin, weil das ganze Stoff nimmt mich weg. Das mache ich denn eher morgen Vormittag, wenn nicht so viel los ist, weil ich möchte... Also wir brauchen schon Stoff und ich möchte hier ungern jetzt, äh, das verlieren. Da habe ich ein bisschen die Hose voll, auch wenn wir zu zweit sind. Wenn einer kommt mit der halbautomatischen Waffe oder so, sind wir relativ schnell. Bitte pro schaffen alles. Down. Ich nehme die Waffe. Hier, komm. Ich habe da den Bogen geklöffet, da schmeiße ich hin. Und da ja ich zuerst sterben möchte, darfst du auch die Rüstung haben. Ähm. Warte mal, ich brauche Essen erstmal. Tieren müssen wir uns eigentlich auch mal wieder farmen. So. Ähm. Oio, gar könnte man auch die Pistole, aber die, äh, die Waffe, die ist, naja. So. Metallrohr, ja, haben wir auch irgendwo. Was fehlt denn noch hier? Ach, 25 Stoff. Nein, weißt du was? Hast du noch Stoff? Nee. Äh, äh. Das glaubst du ja nicht, ne? Wir brauchen, ich brauche jetzt 25 Stoff, um die Waffe zu kräften. Weißt du, wie viel Stoff wir noch haben? Wie viel? 24. Ist das nicht geil? Das ist immer das geil. Aber, ich kann ja draus gucken, ob es irgendwas gibt. Aber, ich werde mir erstmal diesen Ort hier auf der Karte hinterlegen. Ja, markieren mal. Ach, das ist blöd. Einmal Stoff. Okay, dann bin ich Speer wieder. Hm. Hm. So. Deine Piggy hast du noch, ne? Ja. Hm. Von der Haustür hast du ein bisschen, ähm... Aber du hast schon den Loot mitgenommen von dem, ey. Ja. Ja, also die, äh... Wie heißt die? Äh, die Axt. Die gute Axt. Und zum Beispiel hier der provisorische Hammer. Der ist sehr gut. Was ist vor der Haustür? Ist da noch ein guter Stoff? Ich, ich such grad. Okay. Aber pass auf, da wegen der Nachbarn. Ah ja. War hier nicht noch eine Piggy drin? Oder war das die Kiste vorne? Ich glaub hier. Da ist noch eine Holzmüffel. Ne, ein Speerbehaltigter. Ach schade. Ich wollte eigentlich mit Pistole los, aber es fehlt einmal Stoff. Das ist meistens so, ne? Oh, ich hab Stoff. Hast du? Ah ja. Ein Stück. Ja, das ist gut. Dann komm mal zurück, dann... Aber das wird doch noch was mit der Pistole. Hast du fein gemacht. Ich hab grad überlegt, wo jetzt die Basis ist schon wieder. Ja, also ich... Kann man das auch irgendwie nicht so merken. Jetzt hab ich gedacht, hier geht's durch. Da hängt ja bloß der Wandteppich. Ich bin auch so ein Schusser, Alter. Na ja, es wird schon spät. So, ähm... Spät fast. Aber es geht noch. Halb elf. Kommst du grad? Ja. Ja. Okay, was brauch ich denn jetzt schon wieder? Ich kann aber auch nix merken. Metallrohr und 25 Stoff. Wie kriegt man denn nochmal ein Item da raus? Ah, so. Okay. Aber ich muss, glaube ich... Moment. Ich glaub, ähm... Ach, nee. Werkbank... Ja. Ich muss ja an der Werkbank stehen hier, dass ich kräften kann. Die ist ja vorne. Ja. Hast du Stoff irgendwo reingeschmissen? Ach ja, muss ich den Händen noch raus holen. 34, okay. Dann muss ich zur Werkbank. Die steht hier vorne irgendwo. Man muss ja immer hier stehen, dass man das kräften kann. So, was ist das denn da? Einfache Hufeisen. Okay, weil da nicht alles Neues gibt, ey. Den restlichen Stoff werde ich mir nochmal als Verbände machen. Ein, zwei. Andere Metall kommt weg. Bin ja auch mal gespannt, wie lange die Basis hier noch durchhalten wird. Durchhält. Im nächsten Tage. Ähm, dein Leben. Wie viel Leben hast du momentan? 71. Okay, ess nochmal Fleisch, einmal. Okay. Man muss ja nicht so schnell sterben, ne? So, einmal trinken reicht. Muss man nicht so viel verschwinden. Was ist denn jetzt mit dem Revolver? Ach, den habe ich schon. Ich bin so blind. So, wo war die Munition? Da. Da war aber noch mehr Munition. Wo ist die denn? Ist da hinten irgendwo Munition drin? Das ist so schön gebaut, ne? Für eine Person, ja. Da war doch noch mehr Munition. Da, 15. Eine Patrono brauchen wir nämlich wegen, ähm, herstellen, äh, erforschen. So, 18 Schuss. Okay, wie weit kann ich denn nachladen, das blöde Ding hier? Ich treffe sowieso nix. Acht, okay. Naja. Döne mal los, wa? Oder machen wir noch ne... Ich würde sagen, wir machen die Folge jetzt hier, wenn wir beenden und dann gehen wir nochmal in der nächsten Folge nochmal jetzt gleich los, sofort. Wird die Folge ein paar Minuten kürzer und dann würde ich sagen, also bis gleich, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, bis später.